Willkommen im Reich der Qualen. Wir haben so viel Zeug, wir können wochenlang Party machen. In meinem zweiten Leben will ich in Orland geboren werden. Wir machen dir platt. Shopping war das Zauberwort und die ganze Welt uns ersetzt wird in uns Lande. Oldies, wir sind in den 80er. Die wildesten Trips flogen durch die Luft. Das ist so gross. Und die schönsten Frauen waren zum Greifen nah. Zwei Blue Ladies für die Ladies. Aaaaaaaaaaaaahhh! Aaaaaaaaaahhh! Du bist unzapier! Ah! Aaaaaah! Tja, Wut ist gut. Man muss nur lernen, sie richtig einzusetzen. Ja, okay Coach, ich will meinen Wettkampf. Ich muss lebensmüde sein. Aber was heißt das schon für jemanden, der schon einmal tot war?